Zocker Andi Let's Play Ohne dass die mir das da kaputt machen Läuft's, so die kommen eh freiwillig Bei denen ist noch das Problem Hier Nehmen die da immer rauf Oder was Ja Dann werden wir das ja auch Mit Fallen zu pflastern Vielleicht kann ich sie so davon abhalten Ich meine probieren kann man es ja Was anderes fällt mir jetzt eh nicht So Dann ist das hier verstärkt Muss ich mich praktisch nur mehr um diese Seite kümmern Und Ja die von gerade aus Los geht's 7 von 11 Äh von 12 So Was ist hier? Die werden schön gesprengt So wie's aussieht Hinten kommen sie wieder Oben kommen sie wieder Ah das ist hier gut Mit den äh Mit diesen Slow Oh Machen wir Ah Was bist denn du für einer wieder? Geh weg Weg von mir Hier Hier kommen die Okay Haben wir sicher wieder was kaputt gemacht die erste da hinten und ich komme sowieso nicht schnell genug hin natürlich haben sie es kaputt gemacht wie immer auch hier fallen eindeutig hätte es läuft sonst nicht so los geht's so das haut hin kümmern wir uns um die da leben haben wir genug kommt nur rein und man sieht das jetzt kommen die von oh scheiße die ohne oder was geht niemand rein alter das geht mir am nervt dass die immer da oben lang gehen ich verstehe es nicht ich mache doch das eh schon immer dicht und trotzdem kommen sie irgendwie immer durch so ja wo scheiße so Stirb! Hey! Du Arsch! Oh, wie ich daneben schieße gerade, das ist blöd. Oh, scheiße! Leute, Problem! Ach, scheiße! Oh, ist das hart, Leute! Einer ist nur da. Loll, habe ich da einen übersehen? Wieso? Da oben, da unten? Loll? Oh, ist das knapp, ist das knapp, Leute! Wir dürfen fast nichts mehr reinkriegen. Die Barrikaden sind auch nicht das Wahres. Die halten nicht wirklich. Was soll man noch machen? Hm. Fall! Fallen, hm? Naja, fallen einfach. Das müsste gehen. Hier nur eine Barrikade hin. Hier nur eine hin. Je mehr, desto besser, würde ich mal sagen. So, dann fünf. Hier können wir sie nicht slowen. Wo gehen die genau rein? Da oben, hier. Da kann ich noch sowas hin. Was kann man noch machen? Hier gar nichts mehr. Aber wir können da hinten noch. Was machen, dass die nicht gleich vorkommen? Es gibt nur mehr zwei Waves. Und die sind aber sicher hart, ne? So, die gehen da eh nicht drauf, würde ich mal sagen. Aber für einen Fall, das sollten wir halt dort trotzdem was unternehmen. So, wo gehen die lang? Hier. Hm. Hier kann man nicht. Ich spicke jetzt alles wieder mit Fallen zu. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Das ist die Frage. Gehen sie da oben oder nicht? Sie wollen da gehen. Schaffen sie es oder nicht, ne? Ich mach's einfach nur hier, ne? Verkehrt kann's nicht sein. Und los geht's! Letzten zwei Waves, Leute. Kommt wieder ein Großer. Ah! Die explodieren. Ah! So, den müssen wir hier alleine lassen. Ich muss mich mit denen jetzt umärgern. So, dass die da nicht durchkommen. Kommen sie rechts auch noch? Nein. Soweit haben wir's. Ja, dabei geht's noch. Oben kommen wieder welche. So. Oh, scheiße. Ein dicker. Ist alles in Ordnung hier unten? Ja, das läuft. Hier gibt's was. So. Da möchte einer durch. Das erlauben wir ihm nicht. Wir müssen das da oben auch ein bisschen machen. Es geht einfach nicht anders. Die kommen immer wieder rauf hier. Äh. Äh. Ja. Kohle haben wir eh keine mehr. So. Kohle. Ah. Leben. Kanate nach oben. Jetzt kommen sie hier. Und da drüben. Hey, bleib stehen. Oh, scheiße. Problem, Leute. Scheiße. Haben wir geschafft. Stierb. Weg da vom Ausgang, ihr Säcke. Scheiße. So, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Ah, fuck. Wieder. Ach, das ist scheiße. Was machen wir jetzt? Wir brauchen eine neue... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, let's play. Tschüss. 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 Vielen Dank.